Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Wir spielen heute eine Runde Waffenmeister auf Operation 925 und äh... Ja, wir kommen mitten in eine Runde rein, das heißt, hier sind schon einige, die mega die Weapons, sag ich mal, am Schlüssel haben. Aber das soll uns jetzt einfach mal nicht weiter interessieren, wir ziehen einfach unser Ding durch und machen vielleicht noch ein paar Kills, das wäre doch super. Ja gut, so wie ihn jetzt leider nicht, aber ach, gucke mal da. Auch nicht, ach Mensch, das gibt's doch gar nicht, lass mich doch mal einen töten. Töten ist doch toll! So wie den da zum Beispiel, komm, Alter, das darf doch gar nicht, kannst du mal aufhören, mir die ganzen Kills zu klauen, du alter Penner? Ist nichts Besseres zu tun, oder was? Alter, Spaten, ey, das kann doch nicht. Bist du mich verarschen? Bist du für eine alte Saftsau? Komm, der gehört jetzt aber mal mir. Ach man, das ist doch unfassbar, ich muss mal aus dem Getümmel hier raus, kein Wunder, dass ich keine Kills kriege. Gibt's doch gar nicht. Schon gefühlte zehn Hilfe-Kills gekriegt, das kann doch gar nicht. So, jetzt aber, ach ja, natürlich. Ja, mein Kills. Juckl-Hippuppi-Puppi. Mann, Alter. Haben wir mal dick drei Kills geklaut, da kriegst du da echt dicker Eier, Mann. Na, komm, zeig dich, du Penner. Na, er ist schon tot, du brauchst nicht weiter drauf schießen. Dann hat man auch Leichenschändung. So, die Runde ist, wie gesagt, eh schon am Arsch, weil, pfff, wenn du mit einer Pistol gegen einen mit einer Auge antrittst, das ist eigentlich schon... Lässt du mich jetzt mal hier durch, Alter? So ein Wannabe-Taktiker. Ey, das gibt's doch gar nicht. Sag mal... Ja, jetzt bin ich wieder tot, oder was? Oh, leck mich doch den Arsch, Mann. Da krieg ich doch jetzt schon wieder richtig dicke Akros. Kann's doch nicht sein, Mensch. Ich meine, ich bin ja glücklich, dass ihr Zeuge seid, dass das einfach nur hässlich ist. Alter. Ja. Ja, komm. Das kann doch gar nicht wahr sein, Alter. Da kriegst du doch echt Popperzen... Ah, komm. Ja, es wird Zeit, dass die neue Runde gleich beginnt. Irgendwann, so ein Freak ist ja schon Level 17 gerade, oder Level 16, ich weiß es gar nicht. Ja, da unten sieht man's Level 16. Also ist das eh gleich vorbei, das ist ja wunderbar, Skidan, dann ist das hier gleich vorbei. Das Trauerspiel, Alter, sauber. Na, komm. Nein. Den hol ich mir, den hol ich mir, den hol ich mir. So, jetzt sind wir wenigstens noch eine Waffe vorangekommen, das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Auch wir haben nur 7%. Das ist natürlich nicht so toll. Lasst mich da hinter uns. Ja, und genau das meine ich halt. Weißt du, ich hab halt nur so eine komische, ähm, Einhand-Wannabe-Maschinengewehrpistole und er hat halt eine ACW. Das ist natürlich nicht so toll. Aber jetzt startet gleich eine neue, frische Runde und dann sind die Karten wieder neu gemischt. Und da sind wir natürlich auch dabei. Ja, ich bin ja nicht mal unter den Top 17, aber das macht auch gar nichts. Wie gesagt, das könnten wir als so eine Art Aufwärmrunde sehen. Das bockt mich eigentlich relativ wenig. Ähm, wir hätten vielleicht noch eine kleine Chance gehabt, noch ins Mittelfeld zu kommen, wenn nicht irgendwelche Spaten uns dann auch in die Kills geklaut hätten. Aber mein Gott. Was willst du machen? Lohnt sich gar nicht, sich drüber aufzuregen, sondern einfach nur ein halbes Minütchen zu warten, bis dann die nächste Runde beginnt. Ähm, wir können ja mal hier bei den Aufträgen ein bisschen rumfriemeln. Es gibt ja jetzt neue, und zwar durch Amored Kill sind ja hier so ein paar neue Dinger dazugekommen. Ich weiß gar nicht, sind das diese hier? Zerstöre 10... Ja, genau, das sind diese Angriffe. Ach, diese Angriffe, diese... Diese Dinger zieht, zerstöre 10 Panzerzerstörer, zerstöre eine mobile Artillerie. Äh, und dann bekommt man einen Lauf für drahtgelenkte Panzerabwehrgeschosse. Ja, das ist ja ganz lustig. Dann ziele 15 Kills mit dem Panzerzerstörer, Brille 20 verbündete Fahrzeuge, ziele 15 Kills mit mobiler Artillerie, dann bekommt man eine Airburst-Rakete, cool. So, und dann geht's wieder weiter. Auf der Donja-Festung, ah, das ist ja wunderbar. Das war, glaube ich, damals das erste Let's Play von Battlefield 3, haben wir auch auf der Donja-Festung gespielt, äh, Waffenmeister, und da waren wir, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich bin mir gerade zwar gar nicht mehr sicher, aber... Äh, wir waren, glaube ich, nicht so schlecht. So, jetzt trinke ich noch einen Rundchen Kaffee. Warte mal, bis die ganzen Idioten gespawnt sind. Und was ist das hier jetzt? Ach so, ach, ja, Runde startet erst in sechs Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Niiiit! Let's get it on! So, auf geht's. Wir rennen den Pennern mal direkt entgegen. Und sind bestimmt gleich tot. Äh, noch leben, weil ich bin geschockt. Und glücklich zugleich. Aber da vorne gab's schon die ersten Toten. Ach, moin, das seid ihr, sehr schön. Da ist doch schon einer. Yeah! Take it in your mouth, bitch! Gut, da ist niemand. Wo sind sie denn, wo sind sie denn, wo sind sie denn, wo sind sie denn, wo sind sie denn? Sind sie hier vielleicht? Da sind sie nicht, oder doch? Hier ist ein Toter von uns. Alter! Ja! Lasst mich, lasst mich, lasst mich, lasst mich. Na? So, meine Freunde, jetzt geht's los. Ihr seht schon, sobald die Karten neu gemischt sind, hab ich da auch mal eine reelle Chance, auch mal was zu reißen. Nein! Verdammt! Da hab ich wieder nur gequatscht und mich nicht konzentriert. Scheiße! Fick den, Hannes! Fick ihn doch voll hart! Moin! Alter! Ich hab den Typ doch erwischt, oder? Scheiße! Okay, ich sollte mich wieder mehr konzentrieren und weniger Kacke labern. Das wäre schon ganz okay, glaub ich. Das ist halt immer so ein bisschen blöd bei so einem Multiplayer-Let's Play. Du kannst dich nicht konzentrieren und kannst da noch gut spielen. Also, das können wirklich die wenigsten. Ich kenn zumindest niemanden, der das kann. Außer vielleicht Sarazar, der kann das ja wunderbar. Ähm. Ich weiß gar nicht, also ich leg dann da auch eigentlich relativ wenig Wert drauf, wie gut ich spiele, sondern mehr so auf den Spielspaß, sag ich mal. Nein, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Ja, wir haben ihn! Sauber! Ähm, wie gesagt, ich leg da dann weniger mehr Spaß wirklich drauf, wie ich zocke, sondern eher, dass ich eher Spaß habe beim Spielen. Scheiße! Äh, weniger konzentrieren, mehr Spaß beim Spielen, Alter. Halt's im Maul, Junge. Ach. Am geilsten find ich immer noch die, die dann irgendwie oben im Chat immer am rumflamen sind. Äh, Big Noob, äh, du bist so schlecht, äh, deine Mutter trägt Slips von David Beckham. Was weiß ich, Mann, das ist doch lächerlich. Mal aufhören mit so einem Scheiß. Darum seht ihr das schon wieder, Perfect Jackie, Big Noob, ja. Junge, schluck runter und zock weiter, überhaupt hier rum zu flamen, scheiße. Na gut, okay, der liegt wirklich nur an der Ecke scheinbar und campt da rum, das ist natürlich nicht so pralle. Aber mein Gott, dann muss man halt gegen Camper was tun. Die bleiben ja meistens an der gleichen Ecke liegen, was meistens dann deren größter Fehler ist. Und dann rennt man einfach hin, schießt sie ab. Oder messert sie, das ist hier beim Affenweiß, da kommt das sehr gut an. Ach, guck mal, da war einer. Habt ihr gesehen? So, wohin, da, da, da hinten. Alter, da kommt einer. Nein, Mann, nicht, weil ich nachladen musste, glaube ich. Kacke. Und der eine zieht ganz schön davon. Wir sollten vielleicht mal wieder einen Kill machen, wäre vielleicht von Vorteil. So zwischendrin mal einen killbar Waffenmeister wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Ich meine gehört zu haben, dass das ganz gut ist, glaube ich. Wird schon wieder auf mich geschossen, oder was? Nein, nicht von hinten. Mann, jetzt hab ich quer über den Tisch gespuckt, gerade. Kacke. Also ich hab nicht Kacke gespuckt, sondern ich hab gespuckt. Alter, bleib stehen. Nein! Du blöde Drecksau, Alter. Mann, so Abstauber immer. Das ist ja echt immer das Geilste. Ah. So, gehen wir mal hier drüben lang. Ich höre ja an dauernd Schüsse, aber ich weiß gar nicht von wo. Das ist echt heftig. Und unten auf dem Radar sieht man auch nicht unbedingt immer was. So, den haben wir. Nein! Wie hat er denn mehr Range mit der P90 wie ich? Was ist das denn bitte? Also, der kann mich doch niemals besser getroffen haben. Junge, bleib stehen. Das war auch mehr als verdient, dass das jetzt mein Kill war, glaube ich. So, das auch. Jetzt rennen wir mal hier lang. Ich weiß nicht, ein Kill wäre noch ganz nice, weil die nächste Pumpgun ist wieder meine Hass-Pumpgun, mit der ich überhaupt nicht zurechtkomme. Die kann ich ja überhaupt nicht leiden, das Kack-Ding. Yeah! War zwar hässlich, weil der ist gerade erst gespawnt da. Alter, er schon wieder. Der hängt ja immer noch da oben. Verdammt, ich habe ihn vergessen. Scheiße. Mann, Penis. Den würde ich mir da echt... Wow! Voll ins Gesicht. Den würde ich mir ja gerne da oben mal wegholen. Ich glaube, der hockt ja hier auch irgendwo, ne? Komm! Ja, die haben die Kack-Pumpgun weg. Wir haben die Pamp-Pump- Wir haben die Pamp-Pump- Kack-Pumpgun, so. Jetzt habe ich das Wort. Wir haben die Kack-Pumpgun weg, so. Sehr schön. Nein! Nein! Oh, irgendjemand hat mir gerade derbs die Puppertze gerettet. Nein, ich wollte mir doch gerade den scheiß Camper holen. Alter, hör doch auf! Ah! Dieser elende Camper bekommt auch noch Schutz, oder was? So, jetzt haben wir ihn aber. Lass mich in Ruhe! Okay. Da unten können wir vielleicht mal lang gehen. Da war doch gerade eben noch so ein Toten. Komm, ist hier nicht einer verreckt von uns? Ah, da sind schon zwei Stiege, die sind echt schon derbe davon gezogen. Hey, heftig. Der eine ist schon gleich bei Level 17. Ah, er ist jetzt gerade Level 15, also ich glaube mal, der hat gewonnen. Und Skysweeper spielt jetzt Battlefield. Herzlich willkommen. Meine Stimme verabschiedet sich gerade. Ah, ist natürlich auch sehr geil. Und ich renne wieder nur die ganze Zeit über die Map und sehe schon wieder keine Feinde. Das gibt es doch gar nicht. Feinde! Feinde! Wo seid ihr denn geblieben? Ah, da unten vielleicht mal rin gucken. Weißt du? Mann, komm! Alter! Go! Scheißdreck, ey! Ah, heftig. Wir waren so gut dabei und jetzt sind schon wieder sau viele Bones da unten an der Stelle. Also bei dieser Waffe hier. Das ist doch zum Kotzen. Alter, ich dachte gerade schon. Da unten kommt nichts hoch. Das ist ein Kumpel von uns. Weg! Zum Weg, du Penis! Moin! Okay, der hat ihn, sauber. Ah, wir haben das ACWR Laserpoint bekommen. Laserpointer? Laserpoint? Irgendwie sowas. Very nice. Da kommt doch bestimmt gleich einer runtergejumpt, oder? Nein, ich muss nachladen! Ach, geh dich doch einfach mal so richtig dicke! Weißt du, was ich mein? Alter Schwede, ey! Hier, komm, friss meine Kugel, du blödes Kind! Alter Schwede, ey! Wie mich das abfuckt! Der hüpft doch jetzt wie so'n, so'n, so'n Bison auf seinem scheiß hässlichen Stuhl rum, Alter. Wenn der sich vom Sperrmüll geklaut hat. Halt die Klappe, lass mich ruh'n! Lass mich ruh'n! Lass mich in Ruhe! So, Dritter können wir leider auch nicht mehr werden. So, wie's ausschaut. Ja, und er ist wieder am Abstauben, oder wat? Ja, komm, ich hätt' da nicht hingucken dürfen. Aber wo ist der Typ denn hingerannt? Ist das da gerade der gewesen, oder wat? Dann wär's'n richtig cooler Junge, auf jeden Fall. So viel sei gesagt. Ja, und Jackie Ultimate da oben, der geht auch wieder ab. Ach, komm! Ja, wir haben den auch noch erwischt! Hammer! Hammer, 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 Hammer! Und die Runde ist vorbei! Ja, schade. Wie immer, es sind keine Personen zu Schaden gekommen während diesem Video. Das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten. Wir sind wenigstens Elfter geworden. Äh, Elfter geworden? Was? Wir sind Vierter geworden. Mit Level 11. So rum. Kann ich mitleben, ne? Kann ich vollkommen mitleben. Bin ich vollkommen zufrieden mit. Ich hoffe natürlich, ihr hattet wie immer Spaß gehabt. Werden wir uns hier noch die Punkte angucken. Ihr hattet Spaß gehabt, hoffentlich. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir denn als nächstes für einen Spielmodus mal spielen sollen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Würde mich mal interessieren, worauf ihr denn mal Bock hättet. Und wenn ihr mit mir spielen wollt, einfach den Namen, den ihr da gerade auf eurem Bildschirm seht, auf Platz 2 im US-Team. Einfach adden. Ich hab noch ein paar Plätze in meiner Freundesliste frei. Ich glaub knapp 50 Stück oder so. Oder 60, 70. Keine Ahnung. Auf jeden Fall addet mich einfach. Und dann können wir mal nur noch gemeinsam spielen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und haut rein.